Das Schloss Friedrichsfelde im Tierpark Berlin. Hier erledigt Kurator Dr. Florian Six seine morgendliche Büroarbeit. E-Mails beantworten, Termine durchgehen. Über zu wenig Arbeit kann er sich nicht beklagen. Ich bin ja speziell Kurator für Säugetiere, für einen Teil der Säugetiere hier im Tierpark. Und da ist man beispielsweise für die Futterpläne zuständig, in welcher Sozialstruktur leben die Tiere auf der Anlage, für die Transporte, wo gehen die Jungtiere hin, die geboren wurden, wenn ein Tier stirbt, wo bekommen wir ein neues Tier her. All solche Dinge, welches Enrichment bekommen die, wann sind die auf der Außenanlage. All das wird in ganz enger Absprache mit den Reviertierpflegern abgesprochen und dann werden da die Entscheidungen getroffen. Das geht meistens nicht vom Schreibtisch aus, sondern nur vor Ort bei den Tieren. Gleich zwei Tiertransporte sind geplant. Zwei gewaltige, etwa vier Meter hohe Transporte. Reviertierpflegerin Claudia Walter bringt Dr. Six auf den aktuellen Stall. Hören Sie das mit? Gut. Dann können Sie mal wieder mitkommen. Wollen wir das heute besprechen mit den Giraffen? Genau, unbedingt. Ich war ja nur drüben im Zoo, habe mir die angeschaut, wie gut die wir kriegen. Und was macht die für einen Eindruck? Eine ganz liebe. Die ist handaufgezogen, für Banane macht sie wo alles. Für Banane, das ist gut. Für Banane. Und da haben wir schon gesagt, dann nehmen wir einfach eine große Handvoll Bananen für den Tag. Eine Giraffenkuh kommt, ein Giraffenbulle geht. Max wird den Tierpark in wenigen Tagen verlassen. Die beiden Umzüge hängen miteinander zusammen. Wir haben das Problem, dass wir hier im Tierpark ja Hybrid-Giraffen halten. Also keine ganz reinen Rothschild-Giraffen, sondern die sind vermischt mit Cordofan-Giraffen. Und aus dem Grund geben wir jetzt unseren jungen Bullen, der Max, den geben wir jetzt in den Zoo. Die machen dort eine Junggesellengruppe. Und da müssen wir dann im Gegenzug deren einziges Weibchen übernehmen. Das ist auch genischt rassig und passt zu den Damen im Tierpark. Der Kollege aus dem Zoo kommt ja auch noch vorbei, wo kann ich mal den Max sagen, wenn er von der Größe mal eine Vorstellung hat. Und den Vorleute geht los. Na Fritz? Es gibt Frühstück für Max und die anderen Giraffen. Für den Bullen wird es langsam Zeit, auf eigenen Hufen zu stehen. Mit dem jungen Bullen ist es so, dass die jungen Bullen in dem Alter, in dem jetzt der Max ist, also mit fast drei Jahren, ohnehin die Mutterherde verlassen müssen. Und sich dann Junggesellengruppen anschließen. Und genau das simulieren wir ja jetzt nicht. Der geht jetzt in den Zoo, lebt da mit zwei anderen Bullen zusammen. Ist also eigentlich die ganz natürliche Struktur. Und wie es dann dann in ein paar Jahren mit dem Max von dort aus weitergeht, das muss man da mal gucken. Aber der wird es da gut haben. Ja, super. Keine Frage. Da kann er sich ausprobieren, da kann er mit den anderen nur ein bisschen kämpfen. Das ist ja in diesen Junggesellengruppen eigentlich nur spielerisch, nicht so lange da kein Weibchen dabei ist, was irgendwie paarungsbereit ist. Und er muss dann auch nicht immer alle 14 Tage nur drüber nachdenken, dass er decken könnte. Das findet er ja auch nicht schön. Nee, ist auch nicht ideal. Ja. Musst du noch zweimal durch, dann ist es, glaube ich, so weit. Und dann zieht Max vom Kinderzimmer im Tierpark in die Junggesellen-WG im Zoo. Auf Kurator Dr. Six und Claudia Walter warten noch andere Tiere. Es gibt Nachwuchs bei den Zebras. Der Zoo Berlin ist auch die Heimat von Kater Speedy. Ja, Speedy, guten Morgen. Hi. Na, hast du gut geschlafen? Na, komm frühstücken, komm. Speedy, Speedy, komm. Frühstücken. Komm frühstücken, Mäuschen. Geht sofort los, ne? Ja, Frühstück. Ui, 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 da ist aber jemand hungrig. Ach, herrje. So. Ordentlich hinstellen, ne? Einen Tisch ordentlich essen. Guten Hunger. Morgen. Guten Morgen. Na, wird das schon wieder gehegt und gepflegt? Na ja, muss doch, muss doch. Der soll doch, der soll sich doch gut fühlen. Hm, Spatze? Oh ja, nicht so doll bitte. Das tut weh. Futter stand noch draußen. Futter stand draußen? Na klar. Ja, das habe ich noch nicht rein. Das habe ich noch nicht geschafft. Ich wurde hier gerade überrumpelt. Hauptsache, der Speedy, der hat. Ja. Na, bringen wir hin, ja. Hallo, Speedy. Na, kuscheln aus. Kartchen, 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 Kartchen. Kartchen, Kartchen. Was soll ich noch bekommen? Der kommt eigentlich aus einer Stube. Den haben wir seit einem guten halben Jahr. Und war in der Stube immer sehr aktiv, zu aktiv. Und da wurde beschlossen, dass wir einfach uns einen Kater hier anschaffen. Und der hat die ersten Monate dann im, oder Wochen, oben auf dem Dachboden, bei den Heulbeinen und Strohbeinen gehaust. Und hat sich von Tag zu Tag immer schrittweise weiter hier ins Revier gewagt. Mittlerweile, ja, rennt er ums Revier. Er hat seinen festen Platz, futtermäßig, und hat sich hier total eingelebt. Und kann sich natürlich viel besser als eine Hauskatze zu Hause bewegen. Vor allem die Inspektion, die er immer macht hier, unter den Schränken, ja, da ist Dreck. Kannst immer was sein. Das ist bestimmt Dreck. Hat sich da schon wieder ein Fussel bewegt? Kartchen, Kartchen. Kartchen, Kartchen. So. Schön. Machst du die Enten klar, wa? Genau. Speedy, komm mal. Kartchen, Kartchen. Kartchen, Kartchen. So. So. Mal sehen, ob ich Glück habe. Nein, da ist ja schon eins. Das ist ja nicht zu fassen. Guckt mal. Was habe ich? Und zwei, ich fasse es ja nicht. Was ist mit euch los? Hat euch einer aus dem Bett gejagt, oder was? Ihr genießt die Sonne nach dem euren kalten Wetter, wa? Ja, guck mal. Huch mal. Huch mal. Ei. Was hat der alte Mann? Na, wollen wir mal. Der alte Mann hat eine extra Portion Futter dabei. Denn die Mauletiere sind zur Zeit besonders hungrig. Ja. Wollen wir mal wieder klettern. Da sind die schon wach. Ich fasse es ja nicht. Hallo. Hallo. Wo seid ihr? Hüppis. Kommt mal. Jetzt werde ich lachen, wenn sie nicht kommen. Jawoll. Guckt mal, was ich Leckeres mithabe. Und da knirschen sie. Da müssten gleich die Nächsten kommen. Das ist so ein Geräusch, was die immer anmacht. Mann bewegt sich. Man muss ja erst mal sicher sein, ob der alte Mann weg ist. Da kommt Nummer drei. Irgendwann kommt auch Nummer vier. Fein. Sie sehen gut genährt aus. Sie fressen auch zur Zeit wie die Scheunenbrescher. Und jetzt gibt es immer mal ein bisschen mehr, weil sie müssen sich ja jetzt ein bisschen was anfressen. Der Sommer geht ja nur so langsam vorbei. Und noch ein paar Wochen, dann geht es wieder in den Winterschlaf. Da müssen schon ein paar Reserven angefuttert sein. Auch in freier Wildbahn fressen sich die Murmeltiere jetzt den Fettbolster an. Geschlafen wird dann von Oktober bis März. Dabei verlieren sie bis zu einem Drittel ihres Gewichts. Aber lustig anzusehen. Sieht man ja sonst selten. Das mögen sie aber nicht, wa? Erdnüsse. Jawoll! Erdnüsse und Hundefutter. Das sind drei Männer und ein Mädchen. Das Mädchen ist hier vorne. Da ist immer das Vorsichtige. Das wird immer irgendwann von den Männern geholt. Und dann frisst das mit. Man sieht auch, die ist bisschen heller, nicht so dunkel. Bisschen kleiner, bisschen schlanker. Mögen ja die Frauen so. Jetzt sind sie fertig. Jetzt geht's Mädchen wieder wieder nach Hause. Weg ist sie. Und ich werde auch mal gehen. Die Gremi Zebras sind die zweite Station von Chorator Dr. Six und Claudia Walter. Ach, da ist es. Es ist das neue Fohlen, das gestern auf die Welt gekommen ist. Ist ein richtig hübscher. Haben Sie schon einen Namen? Nee, noch nicht. Wenn Sie wollen, kannst Sie sich einen ausdenken. Ach, das überlassen. Wie alle Mitglieder der Pferdefamilie kann noch das Zebramädchen vom ersten Tag an laufen. Wunderschön. Am Anfang sind die immer noch so süßlich braun gefärbt. Das ist irgendwie ganz goldig und das verwechst sich dann. Es gibt da sogar Studien, da kann man anhand des Verwachsens des Brauns, es wird dann immer mehr schwarz. Da kann man anhand dieses Fellwechsels quasi erkennen, wie alt das Tier ist. Also, jetzt ist es ein Tag alt. Und noch ganz braun, genau. Mutter Marie-Lena hält ihr Fohlen abseits der anderen Stuten. Jetzt will Beate mal gucken. So schön wie der Anblick von Mutter und Kind auch sein mag, Zebras stehen beim Kurator nicht an erster Stelle. So meine persönlichen Lieblingstiere sind schon auch die Giraffen, aber auch die Eisbären. Zebras schaffen es also bestenfalls auf Platz drei. Das scheint sie aber nicht weiter zu stören. Gut, ich muss zu Frau Buchholz weiter. Okay. Sie fahren wieder zu den Giraffen. Ich fahr zu den Giraffen, genau. Ich hab gesehen, was ich sehen wollte und kann los. Gut. Tschüss, bis morgen. Tschüss, bitte. Von den Zebras im Tierpark zu den Zebrabuntbarschen im Aquarium. So, Jakob, da wollen wir mal schauen. Pass auf. Kannst du deine fängerischen Qualitäten noch dabei feststellen? Ich hab es ja schon mal gemacht, als ich die Fische in Österreich fangen habe. Jetzt bist du dran. Die werden in Mexiko und in den südlichen USA teilweise zu einer Bedrohung für einheimische Fische, weil irgendeiner die da mal ausgesetzt hat und die schon in der Größe Jungtiere produzieren und einheimische Arten richtig unter Druck setzen. Und in Villach dort in Österreich, in Kärnten, da schwimmen die Fische also schon seit mindestens 10, 15 Jahren rum. Die hat da auch mal irgendwann ein Aquarianer ausgesetzt. Und seitdem haben die sich da etabliert. Und weil die eben so anpassungsfähig sind, sind das also die, die da am häufigsten vorkommen. Und jetzt kannst du, wenn du willst, mal hier rufsteigen. Und Zebra und Barsche fangen. Sieht aus, als bräuchte Lehrling Jakob Kuhnert Hilfe. Soweit zur Theorie. Langsam von unten rangehen und dann hochheben, hinten in die Ecke des Netz. Schön langsam. Nur die Ruhe. Du musst denken wie ein Fisch. Barsch Nummer eins kommt in den Eimer. So, der andere sitzt da hinten auch in der Ecke. Soll der Onkel dir das mal zeigen, wie das geht? Wenn's jetzt nicht klappt. Na noch eh mal, komm, eh einen Versuch hast du noch. Nein, du bist hinten wieder weg von der Wand, bevor der Fisch drin war. Der schwimmt jetzt da. Du musst den Kescher noch an der Wand lassen, bis er oben raus ist aus dem Wasser. Jawoll, und schon haben wir wieder irgendwo. Zeig mal her. Zwei haben wir, ein Weibchen und einen Jungfisch. Halt. Wenn du den vorher wegziehst, dann wartet der Fisch auf die Ritze, die da entsteht und nutzt die oben. Nein, du bist wieder von der Wand weg gewesen. Komm mal her, ich zeig dir den mal. Will man den Eimer? Ja. Und so, wenn das jetzt nicht beim ersten Mal klappt. Jawoll, ein kleiner Jungfisch und ein Weibchen. Die Tierpfleger Ehre ist gerettet. Die Zebrabuntbarsche ziehen nun ins Schaubecken um. Willst du sie reinsetzen? Ja, gern. Warte mal, da merkt ihr vorher hier die Lampe hoch. An die Leisterei hat Einfahrt, der Sonnenzug nach Pankow. Danke. So, anpassen brauchen wir nicht groß. Normalerweise machen wir das natürlich schon, weil wir schmeißen ja nicht Fische einfach irgendwie rein. Aber in dem Fall ist das dasselbe Leitungswasser und temperaturmäßig ist das auch abgestimmt. Und die Fische sind auch wirklich hart im Nehmen. Also selbst wenn da jetzt ein paar Grad Unterschied wären, wäre das für die Fische kein Thema. Na dann lass sie mal rein, dann wollen wir mal gucken. Wollen wir mal sie reinlassen. So, eben noch in Österreich. Und heute in der Schau des Berliner Aquariums. Ich würd mal sagen, die haben eine richtige Karriere gemacht. Eigentlich sind das richtig kernige Burschen. Schlau, durchsetzungsfähig. Also die passen zu uns. Ein paar Meter weiter, die Anlage der Giraffen. So, komm Tino. Wir werden mal unsere Giraffen füttern. Machen wir. Mit unseren Ästen. Guten Tag. Hallo. Giraffen Kukiwaja zieht in einigen Tagen vom Zoo in den Tierpark um. Die Pfleger werden sie vermissen. Denn sie haben Kibarja mit der Flasche großgezogen. Ne, warte, den ersten nehm ich. Ja, du nimmst den zweiten und gehst da rüber. Bleib stehen. Schmeiß. Eins, zwei, drei. Diese Stacheln sind tödlich. Na ja, eher lästig. Und das auch nur für Menschen. Nicht für Giraffen. Ja, rüber. Gut. Ja, so ist das gut, junger Kollege. Schön festziehen. Ja, danke, danke. Ja, da wird sie uns nun bald verlassen. Ja, schade. Na ja, ein bisschen fehlen wird sie schon. Ja, auf jeden Fall. Und dann werden wir ja sehen, wie das dann alles hier vonstatten geht. Ich habe hier noch keinen Transport mitgemacht. Zumindest nicht bei den Giraffen. Zumindest nicht bei den Giraffen. Nein, 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 nein. Na ja, ein Kiwi ist ja nur die Hand auf Zucht, da hängt ja sowieso jeder dran. Ja, verständlich. Aber im Tierpark hat sie eine schöne Wiesenanlage. Da kennen alle Steinkanten. Richtig. Und die werden die auch schon verwöhnen. Also den können wir sie ja besuchen. Wir können sie ja besuchen. Ist ja nicht weit. Kiwi. Da kriegst du noch ein Leckerli. Einen Appel. Oh, woher abgewaschen? Ja. Hast du ein Bier ein Stück? Warte, du auch? Ach, hier haben wir es selber. Ist alt genug. Komm, Tino, gib dir auch ein Stück Apfel. Geh noch ran. Na, komm mal. Komm mal. Klasse. Aber jetzt schmeckt doch. Mh, jetzt schmeckt doch. Ja. Und ein Stückchen noch? Hä? 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 Komm, letzte Chance. Hier, komm. Ja, schade drum. Ja, siehst du. Die wird schon fehlen. Ja. Die wird schon fehlen. Gut, also freut man sich auf die Neuen. Auf ihre neue Erfahrung. Ja, da freue ich mich auch drauf. Wieder was Neues. Ist ja doch immer mal ein Highlight, wenn neue Tiere dann da sind. Bei den Krokodilen gibt es Nachwuchs. Das hier ist aber der große Broder. Das frisch geschlüpfte Stumpfkrokodil von nebenan. Komm mal mit, Manu, ich zeig dir mal was. Was hast du denn Schönes? Oh, sachlos. Ja. Am Sonnabend. Am Sonnabend früh. Hat extra gewartet, dass ich wieder nicht da bin. Ja, eigentlich sind wir ja eine Woche zu früh. Ja, oh nein. Die sind aber auch immer pussig. Nur die Finger nicht reinhalten. Nee, nee. Ich habe ihn dann auch gleich gemessen und gewogen. Und wie ist er? Ja. Maxi brachte ja Geburtsgewicht 36 Gramm auf die Waage. Er hat 10 Gramm. Er, sie, es hat 10 Gramm mehr. Schön, pussig. Aber erstmal nur eins. Das können wir anscheinend nicht anders. Die anderen Eier mal angucken. Ja. Na komm, Niggi, geh runter. Genau. Fein. Wäre natürlich schön, wenn da noch Geschwisterchen kommen würden. Ja. Schön. Und die anderen Eier, wie sehen die aus? Wir können ja mal gucken, aber viel Hoffnung habe ich nicht. Ah. Wir können anscheinend immer bloß ein Krokodil. Wir haben jetzt diese tolle Schierlampe, wo wir die Eier nicht bewegen brauchen. Die hat auch endlich kaltes Licht, die Lampe. Also da werden die Eier dann auch nicht warm. Fertig? Richtig schön kalt. Jo. Okay. Möchtest du mal den Deckel? Schenk her den Deckel. Ja, ich meine, bei dem brauchen wir gar nicht gucken. Ja, der ist ja eh sprung. Das sieht zwar so aus, als wenn da sich was entwickelt hatte. Aber wahrscheinlich früh abgestorben. Aber ziemlich früh abgestorben. Bei dem genau dasselbe. Hier hast du auch keinen Körper drin. Also wahrscheinlich auch ziemlich zeitig abgestorben. Hier ist noch ganz viel Flüssigkeit. Und das ist komplett unbefruchtet. Ja. Schade. Ja. Ja, das ist ärgerlich. Aber immerhin, eins ist besser als keins. Immerhin hat Niki hier einen großen Bruder. Ein entspannt aussehendes Schaf. Sehr gut. So soll es sein. Seine Tierparkrunde führt Kurator Dr. Six in den Streichelzoo. Hier erwartet ihr die neue Anti-Straßeinrichtung. Hallo Frau Ruhol. Hallo Herr Dr. Six. So. Wie klappt das hier mit der Ruhezone? Ach, wir sind eigentlich total begeistert. Ja? Ja. Also selbst wo die Schilder noch nicht dran waren, wo wir die Stämme hingelegt hatten, die Besucher haben das wirklich erstaunlicherweise gleich so akzeptiert und erkannt vor allen Dingen, bevor sie den vorher nicht kannten. Auch die Kinder sind nicht drüber geklettert oder so? Naja, es gibt schon mal ein, zwei, die da rüberhüpfen oder sich da noch balancieren oder so eine Sachen. Aber so ist wirklich Ruhe entstanden, sag ich mal. Ja. Weil die können ja in Ruhe fressen. Die Leute sitzen auch manchmal auf den Baumstämmen und gucken dazu. Toll. Und das ist wirklich total toll. Und seitdem wir die Schilder haben sowieso. Prima. Wir haben halt immer noch ein, zwei Kinder, die mal durchrennen. Das ist ja auch nicht schlimm. Aber das ist ja nämlich jetzt so dramatisch. Die neue Ruhe-Lösung ist besser als die alte. Denn früher wurde der Streichel zum Mittags zwei Stunden geschlossen. Das ist natürlich für die Besucher blöd. Die kommen in diesen riesen, in diesen riesen Tierparks und sind dann um so und so viel Uhr mittags eben hier am Streichelgehege und dann hat der Streichelzoo zu. Und dann gehen die weiter und kommen nicht mehr hierher, sodass sie den nicht nutzen konnten. Und jetzt haben wir die Ruhezone eben lokal hier im Gehege eingerichtet, sodass wir nicht mehr zeitlich von den Besuchern trennen, sondern einfach örtlich von den Besuchern trennen und der Streichelzoo somit durchgehend geöffnet haben. Das ist natürlich für alle ein riesen Vorteil. Und die Tiere können immer ihre Ruhe finden, wann sie das auch wollen. Nicht nur zur Mittagszeit, wenn es verordnet wird, sondern wenn die Tiere ihre Ruhe haben wollen von den Besuchern, dann gehen die hier rein. Und wenn sie Kontakt zu den Besuchern haben wollen, dann suchen sie den. Und wenn sie sich die Hörner abstoßen möchten, wie die Gergentaner Ziege. Wir haben uns hier noch gewünscht, die sind noch diese Baumstämme, die jetzt so hoch stehen. Ob wir da nicht noch was anbauen können, wo die Ziegen so ein bisschen was spielen können, so ein Klotz am Seil oder an einer Kette oder irgendwie so. Na klar, das können wir machen. Dass wir gegenboxen können. Genau, dann haben sie dann wie so eine Orgel oder so. Und die Schafblöcke ja auch dann. Genau. Schön, ja. Gut, müssen wir in Auftrag geben, ja. Die Handwerker haben zwar im Moment viel zu tun, also das wird vielleicht nicht von heute auf morgen passieren. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Idee. Aber beschreiben wir einfach einen Auftrag für und dann, okay, super. Die Tiere haben ihre Ruhe. Die Tierpflegerin und Dekorator aber nicht. Gut, dann muss ich mal weiter zu meinem Balko. Der wartet schon auf mich. Okay, dann tschüss. Tschüss, schönen Tag. Nächstes Ziel, die Anlage der Eisbären. Auf der Dachterrasse des Aquariums befindet sich die Killefischzucht. Hättet ihr schon mal gesagt, dass ich Wasser überhaupt nicht leiden kann? Ich hoffe, wir haben den Absprung noch nicht verpasst. Hier sind kleine Araber drin und die müssen runter ins Warme. Ich hoffe, es ist noch nicht zu kalt. Oh, oh, oh. Naja, schauen wir mal, ob was drin ist. Man kann ja nichts sehen. Und ich bin mal ganz gespannt, ob die sich hier eventuell vermehrt haben. Lassen wir jetzt erstmal das Wasser raus. Willst du mal kräftig saugen? Ja. Hervorragend. Ist das noch ein bisschen salzig gewesen? Ja. Gut, das ist das, was ich hören wollte. Es muss nämlich etwas salzig sein, weil diese Araber hier, diese Fische von der Arabischen Halbinsel, die mögen jetzt ein klein bisschen salzig. Da unten flippst du was. Herrlich, es sind Fische drin. Ich bin begeistert. So, gut und hoch. Und das reicht dann erstmal. Das kannst du so wie das rausnehmen. Oh, hier sind auch welche drin. Hier ist ein schönes Weibchen in der ganzen Pracht, wie sie so sein können. Herrlich. Ach, da geht mir das Herz auf. Ist das schön. Willst du den anderen auch gleich noch reinmachen? Und den Rest einfach da drin. Die kommen nachher in ein extra Becken. Kilifische sind bedroht. Umso wichtiger ist die Nachzucht. Oh, guck dir das mal an. Das gibt's ja ja nicht. Es lebt wie das Böse hier. Unfassbar. Ein Erfolg. Wir können jetzt hier ganz klar sehen, anhand der Größenunterschiede, dass die sich also in der Tat den Sommer über vermehrt haben in der Tonne. Das ist ein großes Weibchen. Sehr gut. Rind in die Tonne. Dann wühle ich hier nochmal ein bisschen rum. Vielleicht finden wir noch mehr. Da ist noch was. Ein bisschen ist es wie Fische fangen in Afrika. Da geht man auch mit dem Netz einfach irgendwie in da ist noch was. Da geht man einfach mit dem Netz in das Unterholz irgendwo an Flussläufen ran. Und dann schwimmt dann da das Volk rum. Das heißt, wir können also davon ausgehen, dass auch in den Algen noch Eier drin sind. Dann können wir die unten in den Becken schmeißen. Die Fische mögen wechselnde Wassertemperaturen. Deshalb steht das Becken im Freien. So, ich mach die Lampen hoch und du kannst den Eimer, so wie er ist, vorsichtig, vorsichtig reinkippen. Vom Orsten Pool ins Haltenbad. Im beizten Schaubecken verbringen die Killifische die kalte Jahreszeit. Junge, 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 Junge. Das ist schlecht. Aber es ist eine ganze Menge, kann man nicht anders sagen. Wir werden das Becken für Becken fortsetzen. Wir kommen ja noch mit mehreren solchen Fischen rein. Denn die Anlage wird jetzt dafür genutzt, dass wir hier Fische, die in irgendeiner Form vom Aussterben bedroht sind. Fische, die irgendwas Besonderes sind, weil sie Neobioten sind, weil sie einwandern irgendwo, invasiv sind oder so. Und sowas werden wir jetzt alle thematisieren in diesem Teil dieser ehemaligen Schauzucht. Naja. Und mit denen ist sozusagen jetzt hier der Anfang gemacht, der vom Aussterben bedrohten Afanius-Arten. Ich würde mal sagen, das scheint erstmal funktioniert zu haben. Auf jeden Fall sind sie nicht gleich ausgestorben. Haben wir gut gemacht. Okay. Wunderbar. Und das Ding macht die Lampe wieder runter und wir fahren. Perfekt. Und jetzt bitte weiter vermehren. Gerne schnell. Und zahlreich. Wer das Wort Riese im Namen hat, darf sich über eine riesige Lieferung nicht wundern. Ja. Fantastisch, fantastisch. Sag Ben langsamer. Ja, kann aber noch. Kevin, du gehst rein. Gut. Auf geht's. Benni, mein Süßer. Spaten. Warte. Gib mir mal bitte den Spaten. Also ich hab die hier noch. Die dazu? Ja, dann gib mir den. Okay. Das gute Werkzeug? Ja. Mein Rücken wird sich bedanken. Dicker ziehn Kopf ein da unten. Der neue Sandkasten. Von den Schildkröten seelensüchtig erwartet. Wir müssen die Grube jetzt voll machen mit Sand. Weil unsere Riesenschildkröten und auch die Spornschildkröten von November bis Januar ungefähr die Eierplagezeit haben. Und über den letzten Winter haben die uns so viel rausgetragen, dass das einfach nicht mehr ausreicht, damit sie die richtige Tiefe kriegen für die Eierplage. Deswegen müssen wir das jetzt wieder voll machen. Ich finde ihn natürlich sehr spannend, dass hier wieder frischer Sand kommt. Das ist der Samson. Der testet jetzt gleich mal. Und wir mussten ja die Wagen über Nacht reinschieben, damit der Sand schön warm wird. Weil wenn das sonst so kalt und nass ist, ist für die Tiere ja von der Gesundheit ja auch nicht schön. Die Schildkröten befolgen meine einfache Regel. Kein Sand zum Verbuddeln, keine Eier. Die tropischen Temperaturen machen die Arbeit nicht leichter. Auf den Plätzen. Fertig. Frühstart. Na, Cleo, kommst du gucken? Gret Vogt freut sich auf viele Schlittkrötenbabys. Die Chancen stehen gut. So fleißig wie unsere beiden Jungs waren hier. Sommer über sind wir natürlich guter Hoffnung. Wäre natürlich schön. Und selbst wenn nicht, müssen wir dem Tier eine Möglichkeit geben, diese Eier abzulegen. weil wir ansonsten Gefahr laufen, dass die an der Legenot eingeht. Wir haben das mit dir gemacht, Kurt Huzov. Was haben sie mit dir gemacht, Kurt Huzov? Lass du spielen in der Sandkiste. Gut. Schaut gut aus, halbwegs. Denke ich auch. Okay, dann hüpfe ich hier erst mal runter. Darf ich hier was abnehmen? So wie es aussieht, sind Sie sehr zufrieden mit dem frischen Sand hier drin. Ja, der ist so kuschelig, wa? Gute Qualität. Das war's. Für die Schildkröten geht die Arbeit jetzt erst los. Sie legen nun Eier. Den Rest erledigt der warme Sand. So geht es schon seit 220 Millionen Jahren. Zurück zu den Shetland-Ponys. So, Vroni und Renate. Jetzt kriegst du noch was zu fressen. War ja von draußen nicht so viel, ne? Komm mal her. Ja, ja. Vroni, komm her. Renate. Mit ihren drei Monaten bekommt Renate schon feste Nahrung. Wird aber auch noch von Mutter Vroni gesäugt. Frust schön mit. Ponys sind nichts anderes als kleine Pferde. Na? Alles bis 148 Zentimeter Schulterhöhe ist ein Pony. Darüber ist es ein Pferd. Sherrys sind sogar für Ponys eher klein. Dafür aber frech. Oha! Oha! Oh, gepustet. Na ja. Man kann der Frau nicht trauen. Mann, 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 Mann. freche maus du müssen wir ja das müssen wir auch üben weil irgendwann kommt ja der schmied denn und dann muss ich auch lernen die hufe zu heben und die beine zu heben da müssen wir ja ran aber das klappt schon das alles ganz simpel ja ein bisschen geräusch wenn sie sich wohl fühlen wenn sie entspannt sind das liegt bestimmt auch am entspannten pfleger weniger entspannt die stimmung im aquarium zumindest unter den leerlingen es ist ja eine schöne sache hier seine ausbildung zu machen aber damit man es auch alles richtig macht muss man natürlich auch eine ganze menge über die tiere wissen und nun ist es ja nun mal so dass so ein tier auch mal verändert und man kennt das ja aus dem biologieunterricht so ein fisch kann man ja prima sezieren und das machen wir hier auch mit unseren auszubildenden damit sie sich eben auch mal so ein fisch von innen anschauen können denn nur wenn man weiß wie so ein fisch funktioniert kann man den natürlich auch richtig halten beziehungsweise richtig füttern die zeiten in denen das ausnehmen von fischen zum arbeitsalltag von tierpflegern gehörte sind schon lange vorbei zur berufsausbildung gehört es dazu heute wollen wir uns mal ein bisschen mit der anatomie von fischen auseinandersetzen und dafür habe ich mal unsere kühlkammer geplündert und euch was schönes mitgebracht damit wir das ganze nicht nur theoretisch besprechen sondern eben auch mal am objekt betrachten können und ja ich fange erst mal an mache euch einmal vor dann dürft ihr selber euer glück versuchen je eine zweiergruppe seziert eine faden makrele und einen barracuda jeder fisch sieht anders aus dass bei der rotfeder ist das noch ganz einfach weil oder bei der plötze ist noch ganz einfach weil die kennt man ja aber hier muss man halt neu überlegen muss mal schauen was was könnte was sein welches tier ist denn das das sich schon länger bei uns in der haltung befindet das warum ja genau also wenn man so ganz genau guckt dann sieht man hier dass hier teilweise so kleine fettanlagerungen sind aber sie sind bei weitem nicht so so stark wie ich es erwartet hätte und gegen der barracuda hier wirklich sehr sehr schlank ist da ist kein fett jetzt kommen wir zum großen finale wir haben auch den high für mich auch eine premiere also ein high habe ich auch noch nicht von innen gesehen erst mal was haben wir hier denn für ein high ein stierkopf high genau der stierkopf high der heißt stierkopf high weil er diese augenwülste hat und diese runde schnauze und damit so ein bisschen aussieht wie ein stier sein wissenschaftlicher gattungsname ist heterodontus was heißt das übersetzt und gleich und ungleich zähne und wenn man sich das maul dann mal anschaut sieht man das sehr sehr gut und dann mal reinschauen sind man im vorderen bereich diese ganz ganz kleinen zähne und im hinteren bereich haben wir diese großen kaufplatten angeordnete zähne und die hat er nicht ohne grund die brauchen nämlich um seine nahrung kauen zu können was frisst er nämlich normalerweise ja muscheln zum beispiel genau da wir brauchen natürlich diese kräftigen zähne so jetzt wollen wir uns das ganze mal von innen anschauen was dürften wir denn jetzt bei einem high nicht finden die schwimmblase warum nicht weil diese keine schwimmblase haben genau jetzt haben wir ja gesagt die schwimmblase die dazu um den auftrieb so ein bisschen mit geringem kraftaufwand zu regulieren wie macht denn das ein high mit der leber inwiefern denn stark fetthaltig und dadurch streben so genau sie haben eine eine stark fetthaltige leber die enthält so viel fett dass sie eben perfekt austariert sind sofern ihr mich noch mal gefragt habt würde ich das thema damit abschließen und die lehrlinge können sich wieder den lebenden fischen zu wenden dromedar samina nicht die schönste blume auf der wiese aber das stört ihn niemanden arabella arabella korma samina jasmin naja da seid ihr ja kinder samina tja die samina die hat so eine schiefe nase sieht man wunderschön alles schief bei der da ist als jungtier mal von der mit mutter von der arabella ja gebissen worden und da war das gebrochen und natürlich kann man das hier schwer einschienen und deshalb ist die nase hier man sieht sehr schief sieht komisch aus behindert aber nicht beim fressen muss auch von den lieb sein muss aber richtig doll lieb die rabiate mutter abella wohnt mit in der frauen wg und sind ja auch die drei damen hier schon lange ohne hengst und deshalb ist es sowieso sehr anhänglich zu mir sie kennen sie ja von klein auf war bei der gebot auch bei so sehr ein bisschen trocken gerieben ja und nun bin jetzt war nicht der hengst bei den drei damen aber die mögen mich schon mit denen ist noch gutes auskommen und immer die nase da weg du verschmierst alles hier will was von mir flüstert mir immer irgendwelche sachen ans uhr was amina das aufdringliche und ungestümmel schmusen hat samina wohl von der mutter geerbt was mal aus nein 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 natürlich können sich die zähne im laufe der zeit durch die schiefe stellung wird sich ein bisschen ungünstig abnutzen arbeitet lässt sich nicht korrigieren und deshalb ist sie aber trotzdem lebensfähig ja alles gut alles gut so gehen wir zu deinen tanten und zur mutter auch mal mit samina komm mario barabbas ruft samina folgt nein klein wenig ersatz hengst für die dromedadamen ist er eben doch das eisbärengehege die letzte station von kurator dr florian six mal sehen wie die auf die eier reagieren werden er hat den eisbären etwas mitgebracht damit gleich drei reinschmeißen oder erst mal nur zwei erst mal zwei meine beiden anderen funktioniert ja man sieht ja ein bisschen ramponiert schon die früllenbeeren fanden es gut ja das sind so genannte crazy eggs ja aus den usa hergestellt mal sehen eigentlich nicht unbedingt eisbären tauglich ich fürchte die nehmen wir irgendwann auseinander aber ein versuch ist es allemal wert und also irgendwie das ist so was was im wasser sich lustig bewegt und das könnte den eisbären schon gefallen lustig bewegt ja wir werden sehen ob sich lustig bewegt sie schmeißt nach rechts ich nach links ok naja los 34 los platz jeder der ein haustier besitzt weiß dass die tiere brauchen nicht nur futter und auslauf sondern auch beschäftigung und auch eicker muss man gucken kommt stellt er wahrscheinlich fest dass man es nicht essen kann oder dass man reinbeißen kann toll haben sie ihren spaß genau darum geht es den spieltrieb fördern die grauen selmann regen langeweide vorbeuten das fachfond dafür lautet enrichment eisbären muss man halt beschäftigen nicht im natürlichen lebensraum der aha jetzt hat das richtig geworfen und man muss es schon abwechslungsrecht machen wenn man jetzt jeden tag eier machen würde dann wäre das sind die eierstelle uninteressant nicht und so gibt dann einen tag eier am nächsten tag gibt es gerüche die da auf der anlage verteilt werden dann wird man futter versteckt oder auf die plattform was trappiert oftmals reicht um bloß ein stein unter wasser den sie dann hochräumen auf die scholle packen wieder runter holen und so sachen und sich zu beschäftigen aber man muss es dann eben versuchen auch noch ein bisschen so attraktiver zu machen damit ein bisschen auf die leute anspricht und auf alle bären ein bisschen anspricht also da muss man sich immer ein bisschen was ausdenken schmeißen wir noch das rote dazu mal gucken ob das noch besser ankommt ja jetzt ist der blaue da unten interessant vielleicht war das was zu essen genau volatja bringt seine beute in sicherheit das war gut clever ja es ist einfach schön zu sehen wie was für spaß die damit haben nicht und wie toll die sich da mit beschäftigen gut ja ich muss ja nur noch ein bisschen was tun sie haben noch was zu tun muss noch ein bisschen was tun wir sehen uns morgen wieder genau bis denn auch dr six muss noch mal an den schreibtisch wenn seine tiere wollen auch morgen wieder beschäftigt werden das war ja 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 Bis zum nächsten Mal.